Ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Train Simulator Classic und wir haben mal wieder etwas Neues von Virtual Rerods von VR. Das Pluspack DBBZF Regio Electro ist erschienen für 12,95 Euro, allerdings ohne Lok, ist aber kompatibel mit einigen Loks von Virtual Rerods, nämlich die Baureihe 114 zum Beispiel, die ganz neue allerdings, die geupdatete, die Baureihe 143,22 und die Baureihe 111,22, die sind kompatibel, die kann man hier hinten dran zuppeln und dann sollte das Ganze auch funktionieren. Gibt es auch im Paket mit der 111, denn allerdings für 24,95 Euro, so kostet dieses Pluspack einfach nur 12,95 Euro und ich finde das richtig klasse, dass Virtual Rerods hier die alten Sachen, die wirklich schon in die Jahre gekommen sind, die stammen alle noch aus den Anfängen des Train Simulators, hier mal geupdatet werden mit neuen Sounds, auch ein bisschen was am Außenmodell wurde gemacht und auch neue Innenansichten sind dabei und vor allem die Sounds, die sind richtig geil, die sind richtig klasse und das möchte ich euch hier heute in einem Video vorstellen und zwar habe ich ein Szenario von Lele genommen, LL, die Abkürzung, ist allerdings ein Szenario aus dem Jahre 2020, ist also auch schon vier Jahre alt, das habe ich dann mal umgezuppelt, da waren noch die alten Sachen dabei, der alte Steuerwagen von VR, die alten Mittelwagen und hinten war noch eine 145er dran, die konnte ich hier natürlich nicht lassen, weil die ist mit dem Pluspack hier nicht kompatibel, deswegen habe ich hier eine Baureihe 114 angekuppelt und das ist auch mit Bedacht, denn wir müssen hier ein bisschen auf die Zeiten achten, das ist ein Szenario auf Berlin-Leipzig Remastered und wir fahren hier von Jüterburg Richtung Berlin und die Wagen dürfen 140, steht auch draußen dran und wenn ich jetzt zum Beispiel eine 143 nehme, dann dürfte ich ja nur 120 fahren, weil schneller ist die Lok nicht, Vmax liegt da bei 120 und die 111er wäre jetzt hier in Berlin glaube ich auch ein bisschen unrealistisch, deswegen habe ich mich für die Baureihe 114 entschieden, schön wäre natürlich auch, wenn die Baureihe 112, die wäre noch realistischer hier im Berliner Großraum ankuppeln könnte, aber die ist nicht kompatibel, aber ich hoffe, wie gesagt, die wird auch irgendwann noch mal geupdatet, genauso wie die Baureihe 120, das würde ich mir wirklich wünschen und das habe ich auch im Rest im Forum gelesen, das wünschen sich unheimlich viele, dass die Baureihe 120, die ist ja auch schon wirklich extrem in die Jahre gekommen, wie alt ist das Ding 10 Jahre oder so, weiß ich nicht, also das Ding könnte man auch mal updaten. So, das Ganze möchte ich euch hier mal vorstellen, in 20, 25, 30 Minuten, je dachte, wie weit wir kommen, bis ganz nach Berlin fahren wir jetzt nicht, das dauert Stunde 20 Minuten, 80 Minuten oder so, das ist jetzt ein bisschen lang vielleicht für ein Vorstellungsvideo, wir werden hier einige Bahnhöfe ansteuern, ich werde gleich die Pausentaste hier wegnehmen, dann werden wir das alles aufrüsten und dann fahren wir hier in Jüterburg los Richtung Berlin. Jawohl, so habe ich mir das vorgenommen und ich hoffe, es klappt alles und ja, mit Logoswap habe ich das Ganze hier getauscht, neuer Steuerwagen, auch die Mittelwagen sind vom Pluspack, nur hinten die Lok, das ist jetzt eine ganz neue jetzt, das ist auch die geupdatete Baureihe 114. Ja, Ansagen gibt es auch von Mozart oder von Benito, wie er jetzt heißt, aber damals hieß es ja noch Mozart, also von daher ist das Szenario sogar mit Ansagen und gar nicht mal schlecht und finde ich einfach ganz klasse, ne, für ein Vorstellungsvideo. So, ich nehme das jetzt weg, wir gehen rein, schöne Lüfter-Sounds, ne, herrlich. So, das, ach nee, wir müssen den erstmal anmachen hier, wir müssen den hier machen und dann machen wir erstmal die Türchen auf, ne, dass das hier losgehen kann. Dann machen wir ein bisschen Beleuchtung an, Shift 8, ne, die üblichen Tastaturbefehle, ganz normal, für die PZB, Shift 7 für die Sifa, Shift 6 für die, äh, Quatsch, die haben wir ja gar nicht, Shift A haben wir auch nicht, Steuerwagen haben keine AFB, dann machen wir noch den Richtungswender nach vorne, Licht ist soweit an, dann werden wir noch Berlin einstellen als Zugziel, würde ich sagen. Das macht ihr mit Taste 0 und Shift 0 für rauf und runter, ist jetzt nicht ganz realistisch, der fährt noch ein bisschen weiter, glaube ich, als Berlin, aber mir ist nichts anderes eingefallen. Da ist er. So, ja, und hinten ist, wie gesagt, die Baureihe 114, deutscher. Ne, die nagelneue, geupdatete Baureihe 114, auch Berlin wird hier geschildert. Das ist sehr, sehr schön, hier in Jüterborg. Boah, ist das laut vor, ne, wow. Ja, neue Innenansichten haben wir auch hier, ne, auch mit schönen Sounds und so, also, das ist alles ganz wunderprächtig. So, da kommt hier auch noch was rein, in Jüterborg. Ja, und die Baureihe 114 hat den Vorteil, die fährt nämlich auch V-Max 140 und die Wagen dürfen auch 140 fahren. Ich zeige euch das. Wo steht das dran? Wo habe ich das gelesen? Da. Da steht es, 140 dürfen die Dinger. Und ich hatte erst versucht, hier mit der Baureihe 143, aber das ist ein bisschen blöd, hier dann die, ähm, den Fahrplan einzuhalten, weil die fährt nämlich nur 120 und dann kriegst du, kriegst du Probleme hier, ne. Also, ähm, von daher ist jetzt die Baureihe 114 hinten dran. Und, ja, ich denke, das sollte hier alles funktionieren. Will ich zumindest hoffen. Jo. Hat sich auch ein bisschen was getan, glaube ich, von der Farbe her und auch hier so vom Führerstand her. Ne, kann man hier auch Fenster aufmachen? Ja, kann man auch. Jawoll. Fenster kann man aufmachen. Hier mit Sound sogar. Das ging beim alten, glaube ich, auch nicht, ne. Jo, natürlich Rollos rauf und runter. Schön mit Sounds. Herrlich. So muss das sein, ne. Und da drüben ist noch ein Feuerlöscher. Ah ja, gut. Ja, ich lasse den Sound noch mal ein bisschen lauter, ne. Mein Gesabbel ist ja für hier völlig uninteressant. Sondern wir wollen jetzt mal ein bisschen heizen hier, ne. So, dann wollen wir mal aufschalten hier. Jawoll, macht er. Und er fährt an. Jawoll, es klappt alles. Jo, ich denke, dann gehen wir gleich mal auf Leistungsstufe 10. Und er fährt an. Oh, ich denke, dann geht's. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ist nur ganz wichtig wenn ihr umzubild die 114 könnt ihr kalt aber auch warm spornen beziehungsweise hier ankuppeln natürlich habe ich die heiße genommen die warme die schon aufgerüstet ist so und dann wollen wir mal hier heißen stoffe 17 wollen mal 140 hoch nächste hand wäre luckenwalde in rund zwölf kilometern schöne rollgeräusche die gefallen mir richtig gut hallo mein kollege ja aber dann ist hier bei 140 ist dann schluss dann haben wir unsere v max erreicht haben wir nicht der ist ja sogar schneller der fährt ja sogar schneller als 140 und wenn wir es wegen oder habe ich jetzt die erwischt die 160 fährt und gibt auch glaube ich eine 114 die 160 fährt oder oder aber die wagen dürfen nur 100 140 aber auch noch nicht aber das ist ja 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 leises knistern hier herrlich es ist eigentlich auch ein ersatz zukehr der ursprünglich vorgesehene 765 hatte glaube ich auch am anfang noch geschrieben ist irgendwie ausgefallen deswegen hat die deutsche bahn schnell diesen hier zusammengestellt als ersatz und da ist ja nach oben können wir auch da sind wir dann oben schön leise hier schön klima wahrscheinlich auch herrlich machen wir lieber ein bisschen pultbeleuchtung an finde ich schöner nächste station bitte in fahrtrichtung rechts aussteigen so Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Sehr schön Boah, was für Bremsen-Sounds, ne? Da träumt der Papst von, ich dreh durch hier echt Ja, wir haben HP0, da kommt wohl noch was Oder es gibt eine kleine Überholung Wann geht das hier weiter? Um 42 geht das hier erst weiter Also in einer Minute etwa Könnte sich noch verzögern Verzögerung im Betriebsablauf, nennt man sowas Wahrscheinlich So, 500er Leuchtmelder ist an hier Wechselblinken ist auch an Also nicht schneller als 25 über das Signal drüber Auch wenn es grün zeigt Ja, da kommt glaube ich was, ne? Oder? Kommt da was? Kommt da was? Da kommt nix Doch, da kommt was Da kommt ein Intercity Aber der fährt da auf der anderen Seite Das dürfte nicht der Grund sein Für unsere Für unser HP0 Sondern da müsste hier was kommen Da müsste was kommen Da hinten ums Eck rum oder so Keine Ahnung Hier noch ein IC4 Also der dürfte jetzt eigentlich Nicht der Grund sein Naja, warten wir ab Was da noch kommt Türen sind auf jeden Fall noch geöffnet Ja, gerade wenn man die ganzen Loks hat Ist das Angebot hier Nur für die Wagen und den Steuerwagen Für 12,95 Akzeptabel Und Dann hängt man sich eine der drei Kompatiblen Loks hinten dran Und schon hat man ein komplettes Subpaket Ja, klasse Da ist er noch rot, ne? Was mach ich denn da? Da muss ich erstmal gucken Ob da noch was kommt, ne? Kommt da noch was? Da bin ich Da ist rot Und Ich hab keine Ahnung Was hier passiert Da ist der Intercity Genau Ach, hier kommt noch einer Ein Militärzug kommt noch Ach du liebe Zeit Ein Militärzug kommt noch Ein Militärzug Ach, ein Güterdingster-Boomster Hallo Ein Militärzug Ja 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 Gehe ich im Dorf Darf auch nicht fehlen Wie immer Ja Da stehen wir Okay Jetzt sollten wir aber gleich Ausfahrt bekommen Obwohl Wenn wir so einen langsamen Güterzug vor uns haben Ist das ja auch eine doofe Sache, ne? Weil Da kann ich nur hoffen Dass wir gleich noch irgendwo halten müssen Wo müssen wir denn das nächste halten? Woltersdorf In drei Kilometern Ja, das ist doch perfekt Das ist doch perfekt Bis dahin ist der Ist der Militärtransporter eh weg Schätze ich mal Ja, früher der alte Steuerwagen Der jetzt ja schon in die Jahre gekommen ist Zehn Jahre oder so Keine Ahnung, wann VR den released hat Der war tot im Stand Im Stillstand Der war einfach tot Da hast du nichts gehört, ne? Und hier schön Das Klackern der PZB Das Wechselblinken Schöne Lüftergeräusche Herrlich So liebe ich das Aber ich kann es nicht oft wiederholen Dieser Steuerwagen mit den Wagen Ist nur mit drei Loks kompatibel Mit der 114 die neuste Mit der 143 die neuste Und mit der 111 die neuste Von vorher Und mit anderen Sachen Müsste testen und gucken Aber da gibt es keine Garantie Ja Ich habe jetzt auch Reichlich Verspätung, ne? Reichlich Verspätung Der Zug ist durch Ich habe immer noch HP 0 Was ist denn das? Verweigert Ja Dann kommt dann vielleicht noch was Ich weiß es nicht Keine Ahnung Spiele zentrieren Da stehe ich immer noch Logischerweise Kommt vielleicht noch was Von hinten Angerauscht Ne, das ist der Intercity Das ist der Intercity Ne, da kommt nichts mehr Was ist denn das für ein Kack? Nur mach mal weg da Da kommt nichts mehr Nächste Station Voltersdorf Nutel Strumtal Jetzt Bitte in Fahrtrichtung Rechts aussteigen Das ist der Intercity Das ist der Intercity Darf ich hier aber nicht mit schneller als 25 drüber. Ich habe noch einen roten Leuchtmelder an. Das ist nichts gut. So, jetzt darf ich mindestens 45. Das ist ja schon mal ein bisschen was. Das ist ja schon mal ein bisschen was. Da haben wir auch schon Woltersdorf. Das ist ja schon mal ein bisschen was. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ach Mist, ich bin ja schon wieder viel zu schnell Die Wagen, die dürfen doch nur 140 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe hier rund 70 FPS, also auch das Fahrzeug ist extrem performance sparend Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 zur Infibt undosta Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2019 Nächste Station, Woltersdorf Note-Urstrumtal. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Ratschöln. 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 Sollte Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Perfekte Landung, absolut perfekte Landung und das soll es auch schon gewesen sein hier für heute für dieses kleine Vorstellungsvideo hier mit dem neuen Plus Pack von Virtual Heroes hinten mit der 114er dran. Ist ja auch gerade erst kürzlich geupdatet worden und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und konnte euch bei der Kaufentscheidung ja, nein, etwas behilflich sein. Die Links, wo das alles her, bekommt natürlich von der Shopseite von Virtual Heroes die ganzen verschiedenen Pakete hier mit diesem Steuerwagen. Natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt, wir steigen hier aus, wir haben in Tribin Feierabend, ein Kollege übernimmt weiter Richtung Berlin und schauen uns den Zug noch an, wie er hier losfährt. Und ich sage schon mal Tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Danke. Vielen Dank.